Hallo, herzlich willkommen, TV hier. Ja, herzlich willkommen zu meiner ersten Ausgabe, Let's Replay. Was ist Let's Replay? Also, es ist eigentlich ganz einfach. Let's Replay ist abgewandt von dem Spielwort. Let's Play. Lass uns spielen. Ich sag, Let's Replay. Lass uns wiederholen. Wiederholung spielen. Das ist selber. Wiederholung spielen. Ja, das wär's. Ich zeige euch immer eine tolle Aktion. Jetzt bei 8-4-8-Footyball von 4-2-9 auf der. Wie? Und ja, guckt einfach mal. Mal schauen, ob es euch gefällt. Also, Tschech hat den Ball. Langer Ball von Tschech. Davon in die Spitze zu Miami. Ein Mann genommen und Volley. Okay, und dann war er natürlich drinnen. Ich dreh einfach mal die Kamera noch. Dann könnt ihr mal, dann könnt ihr so ein bisschen gleich sehen, wie das ist. Sorry, muss mal kurz den Bildschirm schwarz haben. Habe ein technisches Problem. Ah, jetzt geht's wieder. Sorry. Okay, das war ein kleines Problemchen. Ist ein bisschen schwer. Ja, und hier Schuss und genau in den Winkel. Also letztendlich auch ein tolles Tor. Ja, und das war meine erste Episode. Let's Replay. Ich hoffe, es hat euch trotzdem kleinen technischen Problem gefallen. Ich sag dann mal, ciao, ciao und bis zur nächsten Episode.